So, Richard, letzte Frage. Wann und wo? Am 28. April ist einmal dieser Abend ein riesiges Fest mit 30 Musikern. Ein riesiges Seitenfest. Wie heisst das? In Lugnore? Lugnore oder Lugnore? Sorry, Lugnore. Das ist in Vuyi. In Vuyi, Lugnore. In Murtesee-Region. Ich werde es finden. Ich habe ein Navigationsgeld. Ich freue mich darauf. Am 29. April ist am gleichen Ort auch noch einmal ein Doppelkonzert, wo Greg Koch und meine Band, also mein Projekt, am gleichen Abend je ein Konzert noch nicht machen. Das ist eigentlich so wie ein Anhänger an diesem Abend. Und auch da freue ich mich darauf. Ja, es wird ein weekend, voller Musik. Und das ist unser Leben. Also, Cyril, la même chose für nos amis Romand. Ja, wie Richard hat gesagt. Ja, wie Richard hat gesagt. Der 28. April, in Lugnore, in Lugnore, im Vuyi, im Halles-Bloos, in Suisse, der jetzt ist ziemlich öffet. Es gibt die Musiker, überall, die wir uns fragen, die wir spielen. Soit im Festivals, im November, oder in Crossroads, im April. Der 28. April ist eine große Runde. Crossroads ist das. Das ist ein gemeinsame Weg. wir unbeziehungsweise kennenlernen, die Leute sehen, auf dem Titel. Das ist eine große Sache. Das ist die Musiker oder die Geckerre, im Titel. Wir hörenen viele Menschen. Die Leute sehen, die Geistaure-Sievekser, die wünschen wahnsinn, die die Gretausser, die im Leistungs-Virtuosität, die sich bestäte, die sich, die denn dort zusammen? Alles in den Titel. Die zweite Partie wird in der Jam Session mit einem extraordinarer Finale. 10 Gitaristen, 20 Musikern auf der Seine, des Choristen, etwas extraordinaire. Und le samedi wird Richard Kirklier in der ersten Partie, mit Greg Korps, der auch mit seinem eigenen Band. Und so sind die zwei großen Musikern im Blues, in diesem kleinen Village, im Sommet des Montvigny, für die Fähne und den Sommet des Blues. Und, ich sage noch, das Wort Crossaround ist, es gibt auch ein Mythe, da, da, da. Das bedeutet, dass die 28 Uhr, der Abend, wir haben auch zu wählen zwischen Gott und Gott. Und ich habe wählen.